Tiere haben keine Stimme da, das ist meine. Ähm, hallo? Hallo, bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ähm, boah, ja okay. Okay, ähm, bist du vegan? Äh, nee. Ähm, nenn mal den Eigenschaftsunterschied, warum man Tiere essen darf, Menschen aber nicht. Äh, weil Menschen einfach Menschen sind. Also ist der Eigenschaftsunterschied Spezies Mensch? Ja. Okay, ja, ähm, du wachst morgen auf und auf der halben Welt ist ein Virus ausgebrochen, die Menschen haben sich zu Elfen verwandelt, sie bestehen, die DNA-Tests nicht mehr sind, also keine Menschen mehr. Darf man diese Menschen durch den Fleischwolf drehen, Burger-Patties aus ihnen machen? Was? Was für Elfen? Äh, ja, ich muss mit hypothetischen Szenarien arbeiten, dass du tatsächlich, äh, den Take machst, dass man, ähm, das, also du machst, an der DNA des Menschen, also an desoxyribonukleinsäure fest, wen man abstechen darf. Deswegen muss ich dieses, dieses DNA-Molekül verändern und testen, ob man dann, äh, diesen Elfen, die alle Eigenschaften von Menschen haben, außer die DNA und die Ohren, ob man die durch den Fleischwolf drehen kann. Also. Das sind keine Menschen. Keine Ahnung, ich würde auch kein Karnilpferd essen, ich würde, keine Ahnung. Kannst du die Frage beantworten? Ich weiß, ja, nee, hä? Wo soll ich ein Elf essen, hä? Die Frage, ich hab dir nicht die Frage gestellt, willst du ein Elf essen? Ich hab dich gefragt, ob es moralisch, ob du moralisch damit okay wärst, wenn man diese halbe Menschheit, die sich zu Elfen verwandelt hat, ob man die jetzt essen darf, weil die sind jetzt keine Menschen mehr. Nein. Hä? Ein Widerspruch. Was ist das, ein Widerspruch? Es gibt keine Elfen. Der Widerspruch lautet, der Eigenschaftsunterschied ist Spezies Mensch und er ist nicht Spezies Mensch. Aber ein Elf ist doch an sich immer noch jemand mit einem Gedanken. So, der kann sagen, ey, ich will nicht gegessen werden. Aber ein Dings kann das nicht sagen. Du, also ist es nicht Spezies Mensch, sondern reden können. Oder was? Weil ich mein, Gedanken, Tiere haben Gedanken, oder? Kann sein, dass sie einen Gedanken haben. Ja, genau. Also ist es nicht Gedanken, sondern reden können, oder was? Ja, weil gibt es Dings? Also... Kann eine Kuh reden? Also, nochmal, der Eigenschaftsunterschied, warum man eine Kuh essen darf und einen Menschen nicht, ist, weil die Menschen reden können? Ja. Okay, darf man Menschen essen, die nicht reden können? Hä? Hä? Nein, das ist immer noch ein Mensch, es geht darum. Nein, du verstehst dich nicht, kann das sein? Hast du den, gibst du den Widerspruch zu? Nein, lass mir, lass mir was sagen, bitte. Gibst du den Widerspruch zu? Nein, lass mir was sagen, guck mal. Wieso gibst du den Widerspruch nicht zu? Hör mir zu, hör mir zu. Muss ich dir erklären, was ein Widerspruch ist? Lass mich dich ausreden. Ist das ein Widerspruch oder nicht? Was suchst du dir? Okay, er hat kein Interesse an einer intellektuell-redlichen Diskussion und kommt mit, was ist los mit dir, anstatt zuzugeben, dass er einen Widerspruch gebracht hat. Also, er war oben und hat zwei Widersprüche gebracht. Ich habe ihn nach dem Eigenschaftsunterschied gefragt. Er hat gesagt, erst mal Spezies Mensch, dann hat er gesagt, auch wenn es keine Spezies Mensch ist, darf man sie nicht essen, danach reden können. Da habe ich die Eigenschaft rausgenommen. Dann hat er gesagt, man darf auch die nicht essen, die nicht reden können. Also, schon wieder ein Widerspruch. Also, gut. Zwei Widersprüche gebracht, er konnte seine Position nicht verteidigen. Sehr gut. Tiere haben keine Stimme, daher hörst du meine. Hallo. 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 Du gehst aus dem Haus, wie viele Tiere tötest du? Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen hat? Ja, ja, alles okay. Okay. Und du gehst aus dem Haus, wie viele Tiere tötest du? Bist du vegan? Nö. Mhm. Darf man Menschen essen? Ne, beantwortet meine Frage. Darf man Menschen essen? Nein. Man darf aber Tiere essen. Aber warum essen Tiere sich selbst? Du kannst gleich so viele Fragen stellen, wie du willst. Aber erstmal musst du Tiermord rechtfertigen. Danach kannst du alle Fragen stellen. Okay. Ja, also man darf Tiere essen, Menschen, aber nicht nennen. Den Eigenschaftsunterschied? Wie? Erzähl die Frage nochmal bei der Holen. Man darf Tiere essen, korrekt? Ja. Man darf Menschen nicht essen, korrekt? Also, wenn Menschen, also ist es mäßig so, ich denke nicht, dass ein Mensch, eine Mensch essen würde mit klarem Verstand. Mhm. Das wäre ja nicht die Frage. Aber du Idiot. Wie, guck mal, kannst du mal meine Frage beantworten? Mach mich nicht runter. Kannst du meine Frage beantworten? Damit ich wieder weg. Ich brauche immer noch den Eigenschaftsunterschied, weil du sagst ja, man darf Tiere essen, Menschen aber nicht. Also muss ja einen Unterschied vorliegen. Was ist der Unterschied? Aber Tiere essen sich schon auch selbst. Guck mal, Menschen, Menschen essen sich nicht selbst, weil Tiere haben keinen Verstand. Tiere sind dum. Also, was ist der Eigenschaftsunterschied? Du bist auch dumm, du fühlst dich wie ein Tier. Du bist dünn. Und das Problem ist, du tötest so viele Ameisen, du tötest so viele Ameisen, sind das keine Menschen? Also, das sind keine Tiere, eigentlich. Mhm. Also, was ist der Eigenschaftsunterschied zwischen Tieren und Menschen? Ich schwick... Okay. Also, ich habe mich sogar bereit erklärt, ihn zu widerlegen beim Ameisen-Take. Also, jetzt hört er noch zu, sonst würde ich ihm das erklären. Also, ihr könnt beleidigen, wie ihr wollt, das interessiert mich nicht. Ich werde euch trotzdem widerlegen. Achso. Ja, der melde sich wieder. Hier, also. Dein Ameisen-Take. Ne? Äh. Du sagst, wenn ich rausgehe, töte ich Ameisen. Okay. Ist das deine Rechtfertigung dafür, Tiere zu essen? Weil darum geht es ja, oder? Ist das deine Rechtfertigung, Tiere zu essen? Darf man Menschen essen, weil ich auf Ameisen trete? Nein? Ja. Und schon habe ich die Shops genommen. Bei dem ist das Internet völlig im Eimer. Hallo. Hallo? Ja. Kann ich besser hören? Ja. Sag mal irgendwie einen ganzen Satz. Ich bin cool, ich bin vegan. Okay, okay. Ja, ich muss dich nochmal fragen. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen hat, auf die T-Boot gelandet? Ja. Ja, okay. Was kann ich für dich tun, Zemex? Das mit den Tiger verteidigen. Nee, Tiger-Löwe, ich meine nicht. Also, du bist Veganer und du bist der Meinung, dass ein Löwe Zebras fressen darf? Ja, er hat ja, er darf das ja, der ist ja ein Kannivores Tier. Man kann ja nicht jetzt zu ihm gehen und sagen, hör auf, sonst würde er sterben. Ganz wichtig bei diesem Thema ist die Fragestellung. Also, die Fragestellung ist nicht, ob man das verhindern kann. Die Fragestellung ist, das ist einfach nur eine Moralfrage. Wenn du Probleme damit hast durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel ökonomisches, ökologisches System oder sowas, dann guck dir das Szenario in einem Vakuum an. Du hast ein Vakuum, du hast eine, so wie bei Minecraft, du hast einfach nur eine Plattform, einfach nur eine Grasplattform, 100x100 Meter, da ist sonst nichts, alles schwarz. Und da ist halt eine Lampe, dass man die Fläche sehen kann. Und da ist ein Löwe und ein Zebra. Und dieser Löwe greift das Zebra an. Und du siehst, wie der Löwe auf das Zebra zuläuft. Und die Frage ist, du bist als Unsichtbarer daneben, du fliegst daneben und du kannst den Löwen erschießen, weil der Löwe dabei ist, eine Rechtsverletzung zu begehen. Der will halt das Zebra umbringen. Und das Zebra hat natürlich Lebensrechte, deswegen bist du ja Veganer, weil natürlich eine Kuh Lebensrechte hat, korrekt? Ja, würdest du schießen? Nee. Nee. Okay, also bist du gegen Tierrechte. Du bist okay damit, dass einem Zebra seine Lebensrechte genommen werden, ist das korrekt? Weiß ich nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich würde einfach, ich weiß nicht, wie ich, ich kenne diesen Wort nicht, aber würde es einfach weiterlaufen lassen. Ja genau, also du, warum lässt es nicht weiterlaufen, wenn ein Fleischesser Fleisch essen will? Lass doch einfach weiterlaufen. Ja, aber das ist ja ein Tiger und der ist ja komplett anders als wir Menschen. Wie ist der denn anders? Ja, der hat so, der hat eine Mähne, keine Ahnung, ich... Dürfen, dürfen, dürfen Omnis Fleisch essen, wenn sie eine Mähne haben? Nee. Oh. Also... Aber das ist ja ein Tiger, der hat ja nicht so viel, äh... Das ist ein was, Carnivor? Ja, der ist ja ein Carnivores Tier. Wenn wir Menschen da haben, ähm, auf Erde 2, die sind Carnivore, dürfen die dann Tiere essen? Also wenn die nur, nur mit Fleisch essen könnten und nicht irgendwie einen anderen Weg hätten oder die halt sterben würden, ja. Also wenn die sich nur Fleisch ernähren könnten und nicht anders. Dann dürfen sie anderen, wehrlosen Tieren das Lebensrecht nehmen. Findest du das ein veganer Take? Meinst du das? Äh, vegan Take? Naja, du verstehst, dass Veganismus bedeutet Kämpfen für Tierrechte, korrekt? Mhm. Und du vergisst auf einmal Tierrechte, wenn der Menschen Carnivor ist? Die Partner kurz? Über Nachdenken? Ich kann dir noch ein Szenario geben, auch ein ganz interessantes, was ich auch in dem Kontext gerne bringe. Vor allem machen wir das jetzt von der sehr komplizierten Seite. Es gibt, also, ich mache jetzt ja NTT von der Menschenseite, ich kann ja NTT von der Tierseite machen. Also, äh, von der Zebra-Seite, das ist noch einfacher. Aber dazu kommen wir gleich, ähm, 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 du, du kennst bestimmt Vampire, oder? Ja. Ja, Vampire müssen Menschen aussaugen, um zu überleben. Findest du okay, wenn Vampire Menschen aussaugen, lebendig? Nee. Ach. Also, also, wait. Aber du, du hast eben gesagt, die Carnivoren Tiere dürfen Tiere essen, die Carnivoren Menschen dürfen Tiere essen, weil die nicht anders können. Aber die Vampire können nicht anders, als Menschen zu essen. Also, wait, du glaubst an Menschenrechte, aber nicht an Tierrechte? Würde das dann bedeuten? Ist das korrekt? Also, wie nochmal, ich habe es irgendwie null verstanden. Okay, du bist, also, Carnivore Menschen dürfen Tiere essen. Das heißt, du glaubst nicht an Tierrechte. Aber ein Vampir, der Menschenesser ist, darf keine Menschen essen. Das bedeutet, du glaubst an Menschenrechte. Kannst du mir folgen? Ja. Und das ist deine Einstellung? Also, Tiere, du glaubst an Menschenrechte, aber nicht Tierrechte. In diesem Kontext. Das ist dumm von mir. Komisch, ja? Aber wir gehen noch einen Weg, noch einen einfacheren Weg. Also, der Löwe darf das Zebra fressen. Ist das korrekt? Ja, das ist ja korrekt. Du hast ja schon vorher zugestimmt. Also, der Löwe darf das Zebra fressen. Und jetzt frage ich dich, darf der Löwe ein Baby essen, ein Menschenbaby? Nee. Ah, und jetzt weißt du ja, was kommt. Nenn mal den Eigenschaftsunterschied zwischen einem Menschenbaby und einem Zebra. Das ist jetzt klassisches NTT, genau das, was ich mir hier mit jedem Omni mache. Gibt's keinen, würde ich sagen. Ja, also kann es keine unterschiedlichen Antworten geben. Wir haben zwei Kontexte, Tierkontexten, Menschenkontexte. Antwort ist unterschiedlich in beiden Kontexten. Also, man muss einen Eigenschaftsunterschied geben. Und du sagst, es gibt keinen Unterschied. Ergibt keinen Sinn. Ja. Ja, okay, stimmt von mir. Ja, wenn es kein, ja, wait. Aber wenn es, wenn es, welche Antwort ist jetzt die richtige? Sagst du es in beiden Kontexten? Also, Zebra und Baby sagst du, er darf die essen oder er darf die nicht essen? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung ist keine Antwort. Also, ich kann dir sagen, was das Entailment von deiner Logik ist. Das Entailment von deiner Logik ist, wenn du sagst, der Löwe darf das Zebra fressen, aber der Löwe darf nicht das Baby essen. Aber es gibt keinen Eigenschaften, aber es gibt keinen Eigenschaftsunterschied, da darf der Löwe kein Zebra fressen. Finde. Weil, verstehst du das, der Kontext mit dem Baby, da darf er nicht fressen und dann sagst du danach, es gibt keinen Eigenschaftsunterschied, also muss das auch im Zebra-Kontext gelten, weil es gibt ja keinen Unterschied. Mhm. Okay. Ja, also, du bist hier hochgekommen, hast gesagt, der Löwe darf Zebra fressen und jetzt sagst du mir, der Löwe darf keinen Zebra fressen. Das ist doch gut, oder? Ja. Weil in dem, in dem, in dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, ein Löwe darf Zebras fressen, bist du gegen Tierrechte. Und jetzt, am Ende jetzt, das Gespräch, sagst du, du bist für Tierrechte, weil du tatsächlich es nicht in Ordnung findest, dass der Löwe das Zebra fressen. Natürlich ist seine Position komplett richtig, weil natürlich darf der Löwe das Zebra nicht fressen. Das liegt daran, dass er dieses Zebra Lebensrechte hat, genau wie das Baby. Warum zum Teufel sollte das Zebra sein Lebensrecht verlieren? Die einzige Möglichkeit, wie ein Wesen seine Lebensrechte verliert, ist, indem es selbst eine Interaktion ausübt. Das ist die einzige Möglichkeit, ne? Paradebeispiel ist dafür ein Amokläufer. So verliert ein Mensch zum Beispiel sein Lebensrecht. In dem Moment, wo der mit einer Waffe in eine Schule reinläuft, verliert er alle Rechte. Danach ist er einfach freiwillig. Man sollte ihn erschießen. Es sollten Scharfschützen sich positionieren und ihm ein Loch in den Kopf ballern, right? Er verliert einfach sein Lebensrecht, weil er dabei ist, anderen sein Lebensrecht zu nehmen. Deswegen siehst du dasselbe im Tierkontext, dass man da natürlich die Löwen daran hindern sollte, das Zebra zu fressen, weil es einfach nur logisch konsistent ist. Und diese Position einfach zu sagen, ja, die Tiere dürfen andere Tiere essen, dann bist du ja gegen Tierrechte. Wie zum Teufel kann man vegan sein und sagen, dass irgendwer Tiere essen darf. Und auch der Eskimo darf keine Tiere essen. Der tut es, ne? Das ist ja nicht die Frage, ob der Eskimo das tut. Die Frage ist, ob es moralisch richtig ist. Für dich. Nicht für den Eskimo. Der Eskimo wird eine andere Antwort geben. Für dich. Und du sagst natürlich aus Außenstehender, nein, darf der Eskimo nicht. Und darf der Löwe nicht. Einfach nur, weil du natürlich an Tierrechte glaubst. Mhm. Right. Ja, dann freut mich, dass ich dich überzeugen konnte, dass der Löwe dann das Zebra nicht fressen darf. Kennst du mein Video dazu? Nee. Oh, du kennst mein Video dazu nicht. Wow. Das ist ja lustig. Ähm, ich würde dir das Video mal, du kennst den Debatten, Debattierinfosraum? Mhm. Ja, ich schicke dir mal das Video da rein, dann kannst du mal nochmal eintauchen in das Thema. Ich finde das ein mega interessantes Thema, vor allem für die Veganer, ich würde es mal reinposten. Äh, da siehst du das Video, ähm, Debatteninfosraum, Einraum über unserem hier. Und genau. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Also, äh, würdest du alle Kannivore Tiere, äh, töten, damit sie keinen anderen, äh, friedlichen Pflanzenfresser oder so, äh, mehr leiden, also, dass sie keinen Leiden mehr hinzufügen? Nee, weil das, äh, die Frage, die ich dir gestellt habe, ist ja ein hypothetisches Szenario. Und, äh, da geht es ja nur um zwei Szenarien, also um entweder den Löwen erschießen oder nicht. Das ist ja in Wirklichkeit, das ist ja eine falsche, also wenn du es in die Realität ausweitest, ist das ja eine falsche Dichotomie. Das heißt, du hast mehr als zwei Auswahlmöglichkeiten, deswegen würdest du die Tiere nicht erschießen, du würdest einfach nur versuchen mit allen Mitteln, die daran zu hindern. Ähm, ja. Wenn ich ein Knopf hätte, äh, dass jedes Tier irgendwie kurz bevor es aufgefressen wird, äh, spawnt ein Zaun um dieses Tier, dann würde ich auf diesen Knopf drücken, damit das nicht gefressen werden kann. Korrekt. Und wie willst du das jetzt so verhindern, wenn ich fragen darf? Ähm, ich kann das nicht verhindern, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Moralfrage. Okay. Es geht nur um die Moralfrage, das Verhindern. Es gibt tatsächlich Projekte, die sich damit beschäftigen, weil in Amerika sind die zum Beispiel viel, viel weiter als wir. Ähm, da gibt es schon ganze Projekte, um das zu verhindern. Aber, äh, äh, ja, das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, ich, äh, für mich ist einfach wichtig zu verstehen, dass, wenn du für Tierrechte kämpfst, dann musst du das natürlich, äh, nicht nur auf Omnis anwenden, sondern auch auf Vampire oder Löwen oder sonst irgendwas, weil es ergibt keinen Sinn, dass, ähm, jemand sein Lebensrecht verliert. Vor allem nicht herbivore Tiere, die einfach nur ihr in Frieden leben wollen, die niemandem etwas antun. Das ist, das ist was, was mich im Herzen trifft, dass sie meistens auch noch herbivore Tiere essen. Da, ähm, kriegt man Aggressionen von, wenn man sowas sieht. Und ich habe in diesem Video auch ungefähr zehn Videos verlinkt, wo du sehen kannst, wie herbivore Tiere lebendig gefressen werden. Die sterben ja alle ohne Betäubung, die werden ja lebendig gefressen. Bei manchen ist der halbe Körper weggefressen, die sind dann noch am Schreien. Und ja, damit gibt es ein Problem, ne, moralisch. Mhm. Right. Warte, ich hätte noch kurz ne Frage. Mhm. Gut. Äh, und was, wenn, also ist es auch so ein hypothetisches Szenario, was ist eigentlich, wenn jetzt alle kanditurten Tiere jetzt zu Pflanzenfresser werden und was wäre dann, wenn es eine, äh, Überpopulation geben würde? Mhm. Ähm, also das mit der, äh, das mit der, äh, mit dem ersten Punkt, dass die kandivoren Tiere, dass man die auch pflanzlich ernähren könnte, also mit Pflanzen. Das ist der beste Take überhaupt. Das ist überhaupt die beste Lösung für das Problem. Lustig, dass du das ansprichst. Habe ich gar nicht erwähnt. Und, äh, ist natürlich, dass, äh, ja, wenn wir uns angucken, Katzen zum Beispiel, bei Katzen hat man auch immer gesagt, äh, sind kandivore Tiere. Bei Füchsen hat man gesagt, sind kandivore Tiere. Ja, komisch, dass man, äh, Füchse und Katzen vegan ernähren kann. Laut Wissenschaft Katzen sogar, ja, ist das die gesündeste Ernährung eine vegane Ernährung, also rein pflanzliche Ernährung. Ne, ne, die Menschen haben immer da immer so irgendwas, so ein, so ein Verschwurbler im Kopf, dass sie irgendwie denken, ja, warte mal. Ja, aber Katzen, aber denen fehlt ja dann irgendetwas, denen fehlt Taurin zum Beispiel. Äh, nein, das tut man ins vegane Katzenfutter. Das ist dort schon drin. Man kann ja das anreichern. Und so hat das Tier alles, was es vom Fleisch kriegt. Nun kann man es vegan ernähren, also das bedeutet, das Tier muss keine anderen Tiere töten. Was uns zu einem weiteren Punkt führt, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich bin okay damit, dass, dass mein Tier, ne, ich will Tiere schützen, mein Tier darf irgendwie, ja, äh, andere Tiere essen. Und dann denkt man sich so, ja, okay, dann rechne das mal aus, ne, denk mal einen Schritt weiter, wenn dein Tier andere Tiere essen darf und du willst ein Tier schützen, äh, wie viele Tiere isst denn dein Tier? Also wie zum Teufel willst du Tiere schützen, wenn du Tiere in Schlacht rausschickst für dein Tier, right? Und da gibt es dann schon den nächsten Unfall im Kopf, ne, weil die dann denken, ja, warte mal, stimmt. Wait, das gibt ja gar keinen Sinn. Dann kommt nur noch irgendein Emotionsappell, dass man dann sagt, naja, aber meine Katze, ne, es geht hier nur, weil ich diese Bindung zu der Katze habe, nur die darf dann Tiere essen. Ja, und dann, ja, kannst du alles Mögliche anbringen mit, was ist, wenn die keine Bindung haben, dann sollte man die vegan ernähren oder was? Also irgendwelche Straßenkatzen in Thailand, die niemand kennt und niemand was weiß, die muss man dann vegan ernähren? Und dann gibt es diesen Unfall. Aber genau, also der eine Punkt ist, dass man die Carnivore-Tiere dann tatsächlich pflanzlich ernähren würde. Und ich kann dir hier einen ganz wilden Take unter uns sagen, wir sind ja jetzt hier unter uns, hört ja zum Glück keiner zu. Ist ja nur hier eine Stage und kommt auch auf YouTube, aber zum Glück hört uns keiner zu. Ich denke tatsächlich, da kann mich jeder für halten, für was er will. Ich denke, dass man jedes Tier auf diesem Planeten pflanzlich ernähren kann. Wir sehen das bei Katzen, wir sehen das bei Füchsen und genau so wird es sein, dass du jedes andere Tier die Nährstoffe gibst, die es braucht und dann kann es so leben, ohne andere Tiere zu töten. Ja, es gibt ja zum Beispiel die Geschichte vom, ich habe keine Ahnung, ich habe es nie überprüft, ob das irgendwie wirklich war, ist mit dem, mit der Spaghetti-Tiger. Gab es einen Tiger, der hat sich nur von Spaghetti ernährt. Spaghetti ist vegan. Also von diesen Spaghetti-Nudeln. Von daher, ja, aber das ist nur so eine Anekdote, die ich mal gehört habe, ich habe keine Ahnung, ob sowas war oder nicht. Und was jetzt mit der Überpopulation? Achso, ja, hast du angesprochen, mit der Überpopulation, das ist so ein Argument von Jägern, das hat eine ganz lustige Restriktion. Das ergibt keinen Sinn zu sagen, dass die Tiere sich immer weiter ausbreiten würden, weil wie wird in der Natur, drehen wir auch die Welt zurück, wo es noch keine Menschen gab, da gab es ja auch Tiere. Komischerweise war die Welt da wahrscheinlich nicht überrannt und ist irgendwie untergegangen und die Tiere sind aufeinander rumgetrampelt. Kann man ja nicht wissen, aber nimmt man nicht gerade an von den Belegen, die man hat von Fossilien und so weiter. Warum gibt es sowas nicht, dass da irgendwie eine Überpopulation gibt und die Tiere aufeinander rumtrampeln? Das liegt daran, dass sich die Natur selbst reguliert. Und die zwei wichtigsten Regulatoren, die es überhaupt gibt, die ist die Nahrungsmittelmenge. Die Nahrungsmittelmenge ist begrenzt. Das bedeutet, Tiere, wenn du dir Rehe zum Beispiel anguckst, die sind Ziehtiere, die ziehen die ganze Zeit. Die ziehen deswegen, weil die essen an einer Stelle, dann ist das Essen weg. Dann müssen die zur nächsten Stelle ziehen, right? Genauso, wenn du dir irgendwelche Dokus anguckst, wie irgendwelche in der Sahara irgendwelche Zebras oder sowas. Die ziehen ja, alle Tiere ziehen immer irgendwo hin, weil die die ganze Zeit nach Nahrungssuche sind. Irgendwann ist die Nahrung aufgebraucht und so reguliert sich das. Da können einfach immer weiter Tiere entstehen, wie zum Teufel, als würde es unendlich Nahrung geben. Und der zweite Faktor, der eingrenzt, wie viele Tiere existieren, ist Witterung, Witterungsverhältnisse. Im Winter sterben sehr, sehr viele Tiere, right? Und so wird die Population reguliert, ganz einfach. Es gibt sowas nicht, wie würden uns überrannen. Sowas existiert nicht, dass es irgend so ein Gehirnschwurbeler, den man hat. Das ergibt einfach keinen Sinn. Man lässt einfach alle Faktoren wegfallen und bezieht sich da auf irgendein Szenario, das nicht existiert. Deswegen die Antwort darauf ist Nahrungsmenge reguliert und Witterung. Okay. Right. Ja, das war es eigentlich. Ja, danke, dass du oben warst. War auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Du hast interessante Fragen. Und ja, gut, dass du eingesehen hast, dass Löwen keine Zebras fressen dürfen. Ja, und Zebras dürfen natürlich auch keine Löwen essen. Das gilt natürlich genauso. Ich hatte noch eine kurze Frage. Es war in Berlin, also in der Löwen ausgebrochen. Dürfte sie, ich weiß es nicht, aber ich habe so Leute gesehen, die hatten da Gewehre. Und ich denke, die würden sie erschießen, wäre das egal. Ja, das Tier ist ja dabei, Rechtsverletzungen zu begehen, höchstwahrscheinlich. Also im besten Fall sollte man das hier natürlich einfangen, anstatt es zu erschießen. Aber natürlich, wenn jetzt irgendwie gemeldet wird, hier Polizei, hier ist ein Notfall, hier ist ein Löwe ausgebrochen, die fahren dahin, dieser Löwe läuft auf dem Gehweg auf Menschen zu, dann gehört der Löwe erschossen, ganz klar. Und natürlich ist das vegan. Das hat mit vegan auch überhaupt gar nichts zu tun. Hier geht es um Rechtsverletzungen zu verhindern. Man erschießt ja auch einen Amokläufer, right? Und der Amokläufer ist ein Tier. Das ist ein Säugetier, genau wie du und ich. Right. Also... Könnte ich den Voitrang, äh, Voitrang bekommen? Bitte? Den Voitrang? Den Voitrang willst du? Ja. Okay, ja, kann ich dir geben, klar. Aber da ist, da ist Gefetze immer, ne? Da ist immer Let's Fetz. Zwischen Veganern und Omnis, immer Let's Fetz Party. Ja, ich hab dir mal den Rang gegeben, jetzt kannst du rein, aber ja, da ist es, da ist, da ist die absolute Hölle. Jo, danke. Oh ja, viel Spaß. Du kannst auf jeden Fall jetzt da debattieren, wenn du willst, gegen die Omnis. Jo, mach ich gerne. Okay. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Ciao, gleichfalls. Ja, äh, für alle, die hier zugehört haben, bei den Löwen-Themen, das ist einfach nur, ähm, eine logische Ausweitung, die man dort macht. Ne, wenn du an Logik glaubst, und dass diese Logik, die man auf Tierrechte, ähm, Tieressen-Kontext, äh, auf alle anderen Kontexte ausweitet, kommst du zu dem Schluss, dass natürlich der Löwe keine Tiere essen darf. Okay. Guckt auch gerne das Video, was ich verlinkt habe, in dem einen Raum über diesem hier. Da habe ich das Video verlinkt, wo ich ganz genau drauf eingehe. Aber sollte auch jeder jetzt verstanden haben, ich habe es ja ausführlichst erklärt.